Time Improved Schiebung des Tages Nummer 3 Ihr braucht ein Gegenstand, wo man ein Seil, eine Schnur oder sonstiges von befestigen kann Ihr nehmt einen kleinen Kasten, wo ihr einen kleinen Ball oder sonstiges reinmacht und fangt an, diesen Kasten dann zu ziehen und zu ziehen Ihr setzt euch hin und fangt an, den Kasten zu euch zu ziehen Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr das gerne noch 5 mal wiederholen Viel Spaß bei den nächsten Übungen in 2 Tagen